Ein Mann sitzt in seinem Stammlokal am Tresen, plötzlich kommt die schönste Frau, die er je gesehen hat, zu Tür herein, er überlegt, wie er sie ansprechen könnte und bestellt schließlich eine Flasche Champagner. Mit einer Notiz, ob sie diese mit ihm trinken würde, lässt er die Flasche vom Ober zu ihr bringen, sie liest die Notiz, lächelt und schreibt etwas auf und lässt ihm die Nachricht zurückbringen. Auf dem Zettel steht, verehrter Herr, wenn Sie diese Flasche mit mir trinken wollen, muss sich in Ihrer Garage mindestens ein Mercedes befinden, auf Ihrem Konto, sollte 1 Million sein, in Ihrer Hose, sollten sich 17 Zentimeter befinden und ein Haus auf den Kanaren, wäre auch angebracht. Der Mann liest die Nachricht, schmunzelt und schreibt zurück, sehr geehrte Dame, in meiner Garage befindet sich ein Ferrari, ein Porsche und ein Mercedes, auf meinen 8 Konten befinden sich jeweils 2 Millionen, ich habe ein Ferienhaus auf Barley in Florida in Erwald und der Schweiz. Aber niemals würde ich mir auch nur für die schönste Frau der Welt 7 Zentimeter abschneiden lassen, geben Sie mir bitte die Flasche zurück.